Was geht ab Leute, Zane ist wieder da und zwar mit dem Kapitel Review zu One Piece Kapitel 935 mit dem schönen Titel Queen. Und zwar fängt das ganze an indem wir Reiso sehen, denn dieser hat es geschafft den Schlüssel der Seesteinhandschellen zu klauen. Und ich bin ganz überrascht, der wischt einmal kurz mal durch die Gänge, wie ein richtiger Ninja, hätte ich jetzt nicht wirklich von ihm gedacht. Als nächstes sehen wir Ruffy, wie er den Wärter, diesen Skorpion Wärter oder zumindest den Wärter mit den mehreren Beinen und diesem Skorpion Stachel, Kopf, Haar, wie auch immer, einmal umkickt um Hyogoro zu retten. Doch dann kommt auf einmal der Chef dieses Gefängnisses bzw. zumindest der Warden des Gefängnisses und dieser hat die Elefanten smile und hat einen riesigen Elefantenkopf mitten auf seinem Bauch. Und er sagt erst mal Was willst du? Ich werde dich vernichten. Und kommt dann mit einer Fähigkeit, die heißt Elefantennieser. Ja, tatsächlich. Und zwar fängt der Elefant auf seinem Bauch an zu niesen, aber er niest nicht einfach nur irgendwie Rotz, nein, er niest einfach mal direkt eine Bombe, die Ruffy trifft und ihn richtig nach hinten schlägt. Und Ruffy sagt sich erst mal, oh fuck, wenn ich nur einfach Haki benutzen könnte. Und hier ist schon der erste What the Fuck, Mama in diesem Chapter, denn wieso kann er denn eigentlich kein Haki benutzen? Ich meine, er hat Seestein Handschellen an. Ja, Seesteine, soweit wir wissen, hilft nur gegen Teufelsfrüchte. Oder blockt Seestein auch in irgendeiner Form des Haki? Haben wir davon bisher noch nichts erfahren? Oder ist es einfach nur ein kleiner Fehler seitens? Oder? Oder wissen wir gar nicht, wie erschöpft Ruffy eigentlich ist und kann deswegen kein Haki einsetzen? Sind wir mal gespannt, was in den nächsten Kapiteln kommt? Das werden wir sicher noch lösen, das Thema. Dann endlich der Moment und zwar Queen Tauchtau. Und man hat sich ja in den letzten Monaten immer gefragt, was für eine Sexualität hatten letzten Endes Queen und ich glaube mit diesem Kapitel ist es endlich gelöst worden. Denn Queen scheint irgendwie ein Faible für Komorazaki zu haben. Zumindest findet er sie recht heiß. Ja, was halt das Blöde an der Sache ist, er weiß leider nicht, dass Komorazaki mittlerweile tot ist. Denn seine Leute sagen sich, ey 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 ey. Come on Bro, ich sag das Queen sicher nicht. Der wird mich töten. Ja blöd. Bin ich echt mal gespannt, wenn er davon was mitkriegt, was dann passiert. Auf jeden Fall scheint Queen ein recht lustiger Zeitgenosse zu sein. Denn er blödelt groß rum, macht komische Sprüche und fängt auf einmal plötzlich an zu tanzen. Yeah. Aha. Yeah. Ich bin fett. Aha. Aber es ist gut so, denn wenn ich dünn wäre, würden alle auf mich abfahren. Ja, so in der Art. Also sowas sagt er. Was auch ganz interessant war ist, man hat jetzt an der Seite an seinen Hüften gesehen, dass er ein Schwert hat. Jetzt ist mal die Frage, wie gut er denn wirklich im Umgang mit dem Schwert ist und wie es denn zu seiner Teufelsfrucht dann irgendwann später passen sollte. Und was jetzt mittlerweile auch ganz, ganz, ganz klar und bestätigt sein sollte für alle Zweifler noch da draußen, er hat wirklich einen Roboterarm. Ich glaube nicht, dass es der von Eustace Kitt ist, sondern sein eigener. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass an irgendeinem Zeitpunkt Queen Big Mom eine schlechte Nachricht überbracht hat und Queen daraufhin ihr Rollertrad gesponnen hat und dann einfach Arm ab, steht besser, steht Arm dran. Ist nur meine Theorie zu dem abgehackten Arm von Queen bzw. zu seinem Roboterarm. Ob er wirklich abgehackt ist, wissen wir nicht oder ob er da wirklich Arm noch unter dieser Mechanik steckt. Wer weiß. Auf jeden Fall kriegen wir auch das Kopfgeld mitgeteilt von Queen und das hat mich ein wenig überrascht, denn es sind 1,32 Milliarden Berry. Versteht mich nicht falsch, es ist hoch. 1,32 Milliarden ist heftig hoch. Aber hey, immerhin noch kleiner als Ruffy. Das war ein bisschen enorm. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte gedacht, die Kaiser wären zumindest auf einem Level so knapp unter den Yonkers oder sowas. Das war schon wirklich, wirklich sehr überraschend. Naja, auf jeden Fall macht Queen extrem miese Grimassen. Er fragt einen seiner Leute, hey komm, was ist denn eigentlich so in letzter Zeit passiert? Bitte ordnet das Ganze nach der Wichtigkeit von 1 bis 3 oder von 1 bis 10. Und der Warden erzählt halt nacheinander, ja, Justus Kidd ist geflohen, wir haben die Schlüssel der Seestein-Handschellen verloren und Ruffy kickt gerade unsere Werte um. Und bei jedem Mal, wenn er was sagt, macht Queen ganz genau dieses Gesicht. Ja, sieht richtig lustig aus. Ich glaube, Queen ist wirklich ein lustiger Zeitgenosse. Da werden wir noch einiges an Spaß haben in dem Arc. Dann wechselt die Szene rüber zu Tonoyasu, der wie immer Hunger hat. Lysop, Law und auch Frankie sind mittlerweile in Seiden bzw. in einem der leerstehenden Häuser angekommen und Tonoyasu erzählt, dass Zorro abgehauen ist. Denn irgendwie hat Zorro sein Schwert verloren bzw. es wurde ihm geklaut. Da frage ich mich jetzt... Was? Von wem wurde ihm jetzt plötzlich das Schwert geklaut? Und wenn ja, welches? Da gehe ich mal von aus, dass es sich das dabei um sein Schwert Juzui handelt. Das heißt, vielleicht hat irgendein Ninja oder irgendein Samurai es gesehen und sich gedacht, hey, das war doch mal das legendäre Schwert von uns. Das hat doch mal Ryuma gehört. Wieso hat er das? Und hat es einfach entwendet. Und Zorro jagt jetzt hinterher. Und natürlich, wenn Zorro weg ist, ist dementsprechend auch Sanji weg. Und wir können uns alle vorstellen, wo er hin ist. Denn in der nächsten Szene landen wir plötzlich in einem, ja, öffentlichen Bad. Und dort baden Shinobu, Nami und Robin. Fanservice! Wollt ihr auch mal meine sehen? Habt ihr gedacht? Da oben ist die Kamera, nicht da unten. Das ist immer ein bisschen verwirrend. Ja, auf jeden Fall sind sie in einem öffentlichen Bad natürlich spitterfasernackt und unterhalten sich, was das Interessante an diesem Bad ist. Das ist nämlich ein wirklich offenes Bad. Denn dort werden Männer und Frauen nicht getrennt. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wo Nami und Robin sind. Da sind die geilen, geilen Männer natürlich nicht fern. Und starren und spannen. Und ganz ehrlich, keiner von uns wird das anders tun. Und ja, gut, Shinobu ist auch noch da, aber ja, ihr habt sie alle selber gesehen. Da brauchen wir, glaube ich, nicht weiter drüber diskutieren. Also, auf jeden Fall reden sie über Hiogoro, der ja früher der Anführer der Yakuza war. Ja, der kleine alte Opa, der gerade im Gefängnis mit Ruffy ist, war früher mal der Anführer der Yakuza. Wir kriegen auch ein Bild von ihm, wie er früher aussah. Und zwar hatte er da mega noch die Haare, die aussehen wie so Flammen und auch dem sympathischen Meer wie so eine Flamme gewesen. Und er war recht kräftig und muskulös, hatte so in etwa die Form, äh, die Statur von Shutenmaru und war wohl ein mega mächtiger Schwertkämpfer, sogar Oden Kutsuki hat von ihm geschwärmt und alle fanden ihn einfach mega geil. Und ja, sie sagen sich, ah, wer denn nun unser Verbündeter, aber, mh, er ist ja leider gestorben, heißt es. Oh, Rochi hätte ihn ja wohl getötet. Ja, nein, er ist immer noch da. Aber im Gefängnis als kleiner alter Opa. Ich glaube, so viel hilft euch jetzt mittlerweile leider nicht mehr. Aber vielleicht wird das Ganze ja so laufen, dass Ruffy Hiyo befreit, wenn er ausbricht oder ihn einfach mitnimmt. Und Hiyo dann mit seiner Autorität, die er noch von früher hatte, ganz, ganz viele Samurai versammelt, die dann eben für die Allianz zusammen kämpfen. Denn eigentlich war der Plan, sie wollten so um die 5000 Samurai haben, die gegen Kaido dann antreten, haben bisher, immerhin muss man sagen, also immerhin 500 Samurai für sich gewinnen können. Und sie diskutieren halt drüber, dass es halt im Grunde unmöglich ist, 5000 Leute zu sammeln und dass sie keine Ahnung mehr haben, wie sie es machen sollen. Und genau da wird auch Hiyo dann erwähnt und somit haben wir die Lösung parat von Oda. Hiyo wird den Rest einsammeln. Komm, kämpft für uns. Denkt an mich, wie ich früher war. Ja, so schnell kann es dann gehen. Shinobu erzählt auch, sie war früher ein Teil der Oni-Waban, die wir ja vor ein paar Kapiteln gesehen haben, wie sie Ruffy angegriffen haben. Denn auch der Chef der Oni-Wabanen, Fukuruku Chukuduku, wie auch immer der heißt, der mit einem Riesenkopf, der ein bisschen aussieht wie Virgo, war wohl früher ein Verbündeter von Oden Kutsuki, hat aber dann die Seiten gewechselt, als Orochi gekommen ist, im Gegensatz zu Hiyogoro und auch Shinobu. Deswegen ist Shinobu einfach aus den Oni-Wabanen ausgebrochen, beziehungsweise ausgetreten. Dann kommt die ganze Szene wieder rüber zu Queen. Ja, wir hüpfen ein bisschen hin und her. Und Queen sagt zu Ruffy, hey, come on, komm in unsere Bande und wir die wird auch alles verziehen. Ja, blöd, dass Ruffy das natürlich nicht will. Hiyogoro möchte sich jetzt opfern, aber ganz ehrlich, den will doch eh keine Meldebande haben. Reiso unterdessen beobachtet diese ganze Szene und sagt sich, shit, jetzt habe ich zwar einen Schlüssel, aber hey, Ruffy ist gefangen. Na, wie machen wir das jetzt? Als plötzlich hinter ihm aus so einem kleinen Gefängnis eine Stimme auftaucht. Hey, du siehst ja immer noch genauso aus wie früher. Das bist ja du, Reiso. Reiso dreht sich um und schaut erstmal erschrocken. Ja, du hast recht, ich bin Skawamatsu. Wie geht's denn, Momonosuke? Und wir sehen aber einfach nur wieder zwei Augen. Ich will ja nicht wissen, wie es mir aussieht, wieso macht Oda da so ein riesen Geheimnis drum? Da muss irgendwas komisches dran sein. Irgendwas mega, mega komisches. Aber auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass diese mysteriöse Gefangene nicht irgendwie Magellan oder sonst irgendwer ist, sondern es ist einfach Kabamatsu, einer der Freunde von Kinabon, einer der neuen roten Schwertscheiden. Ich bin echt gespannt, was der wohl so drauf haben wird und wieso Oda das um sein Aussehen so einen riesen Hackmink macht. Da wird irgendwas dahinter stecken. Sonst hätte ich ihn einfach gezeigt, wenn es irgendein randomly aussehender Charakter wäre. Wieso dann verstecken in den Dunkeln? Ganz ehrlich. Naja, auf jeden Fall fand ich das Kapitel recht cool und ich freue mich mega auf Queen. Also ich bin richtig so im Queen-Hype. Queen, 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 Queen. Yeah! Und bin gespannt, was die nächsten Kapitel so bringen. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, schreibt mir doch eure Meinung zu diesem Kapitel einfach mal unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr ja Bescheid. Daumen nach oben. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann schämt euch und drückt einmal auf den Abonnieren-Button, damit ihr auch in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Und nebenbei ein bisschen Werbung für meinen anderen Kanal und zwar streame ich hin und wieder auch mal Games wie League of Legends oder auch Jump Force oder auch kleinere One-Piece-Videos beziehungsweise kleinere One-Piece-Podcasts, mit denen ich mich mit euch dann unterhalte. Und zwar neben YouTube und Twitch natürlich auch auf Facebook Live. Mein Name auf Facebook Insane Network. Liked die Seite und kommt auf meinen Stream. Das war jetzt viel Gerede. Ich hoffe auf jeden Fall, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Beste Heim wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.